Ist nicht meins, egal. Also, jetzt wurde ich auch noch angestupst. Ist unglaublich, egal. Addict1, hier Reaction-Video, jetzt try to love mid-pussy. Hi. Hi. Wir werden's verkacken, weil der Typ ist echt gut. Jetzt noch nicht lachen. Wir haben trainiert. Konzentrier dich, oder was? Es geht noch. Das ist fast schon nicht schlimm. Ganz wertig. Alles gut. Jim, you're on a roll. Das kenn ich. Das könnten so wir beide sein, ne? Ja, 100%. I'm a lesbian. I am actually pansexual. I am transgender. I have crippling depression. Woah. Das Auto ist weg. Welches Auto? Ihr habt nichts gesehen. Ach, die Scheiße. Ich bin echt. 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 Uff. Uff. WTF? WTF? outro how are you spending your time in Seattle so far if you're not gaming? Masturbating. Sorry? Masturbating. Uh, Loser Breckett the game is over. It was an entire game. What are your emotions right now? fucking happy man. I just wanna punch a cow. You wanna punch a cow? Ja. So, was are you going to do the rest of the day? Masturbate. Okay, you have three more hours before the game, what are you going to do now? Masturbate, drink, whatever. Alright, thank you very much Sing Sing for coming on the show. Good luck in the future games and we'll see you later. Thank you. Bye. Thank you. Masturbate. 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 Bye. Myesehenie. struggling. hm? M8 Niger! Chocolate Cream Oreo. The most amazing thing to have in theoodle in 89 years! nevermind! эк ? Der Notorius-Pierophil, Sidney Cook, wurde in den Raum geblieben, um den Rest von seinem Leben auf einem einen Mann-Prison-Vessel zu verabschieden, um keine Gefahr zu den Kindern auf der Erde zu stellen. Aber es wurde revealed, dass ein 8-jähriger Mann auch auf dem Weg geblieben wurde, und jetzt ist er selbst in der Raum mit dem Monster geblieben. Ein Spokesmann hat gesagt, das ist die einzige Sache, die wir nicht wollen. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Warum machen wir das? Oh, da ist ein Lauf. Puh, cool. Er muss mal nach Vorlauf kommen, oder? Ja. 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 Okay. So, Cock. Do you have Cock? And they said, yes. Please give me Cock. Oh, please give me Cock. I want a Cock. Cock. It's all Cock? It's Cock. It's Cock. It was Cock. It's Cock, actually, right? So, Cock is... Cola. Okay, he don't wanna go. Let's set though. Come over here. Come over here. Come over here. Come on. Come on. Come on. Huh? I can't. Why you can't? Because the door's not open all the way. So, you wanna be a Gangster. Oh, 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 oh! Es ist schwer. Es ist echt schwer. Pass. Es klappt zu besser. Nee. Du hast ja geschlossen, ne? Ja. Ja. Nein, nein, nein! Ich glaube, dass du das bist. Nein, bitte nicht. Nein! Oh Gott! Oh Gott, mir wird schwindelig! Oh Gott! Let's make the end together! Nein! Ich hatte gerade die verkslechte Lache. Was war das für die Zeitauto? An die Krankenwagen. Oh, diese Nerven. Okay, mir geht's gut. Oh, jetzt sind wir gut. Wie süß! Das ist schwindelig, irgendwie da. Hahahaha! 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 Kostenkirchen. Das geht schon. Okay, ja. Es geht. Alles gut. Ah, das ist gut. Ah, das ist gut. Es ist nur ein Tanznarf, das ist nicht so witzig. Ja, das geht schon. Kennt man. Mhm, Klassiker. Nein, was ist da drunter? Nein, 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 mach's nicht. Klopp. Das ist... Einmal legendär. Oh, das war's. Okay, wir haben's nicht geschafft. Können wir bitte nochmal die Affen haben, Pasi? Nur kurz die Affen sehen. Nein, nicht die... Nein. Nein, das war laufend, das ist gut. Das ist so witzig, ne? Das ist echt so. Vor allem, wenn der vor der Störpert da drunter liegt, direkt in der Straße. Oh, Gott. Ah, geschafft! Okay, wir haben's nicht einmal geht. Also... Wieso stoppt das nicht? Wie auch immer. Also... Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir schreiben, ob ihr es geschafft habt oder nicht. Und... Ob ihr nochmal was haben wollt, oder ob ihr sagt wollt, Nee, diese... Tornator Love Reaction Kacke ist Kacke. Da steckt jetzt keine Arbeit rein. Mach ich sonst auch nicht. Das ist immer anstrengend, ey. Das ist echt, das ist anstrengender als ne rundiges L. Na, wie auch immer. Also... Äh, ich hoffe, es hat euch gefallen und... Ja... Ja... Übrigens, das ist gestern war kein... Oder vorgestern? 1. April. Das war kein April-Scherz. Wenn ihr das Video bis zum Ende geguckt hättet, hättet ihr gesehen, dass ich mich zeige. Das war auch gar nicht für den 1. April gedacht, das Video. Aber naja, wie auch immer. Also... Ciao. Und was? Tschüss. Folgt quasi auf Twitter. Genau, folgt quasi auf Twitter. Ciao. Ciao.